Bei hochsommerlichen Temperaturen bitten die Lions zum Kopfwerk in ihrer Züge Manege. Neues Spiel, neue Saison, neues Glück. Bald ist Berghorn! Mit der Entscheidung! Am Ende ist es so, die Zürcher kommt zurück in die Serie, ab ins Glück. Gegenstoss, 2 gegen 1, Chance hier für... Malgin, Tor, 2 zu 0, Tennis Malgin. Jetzt ist das Halbfinale klar. Zerdes der Lions gewinnen das Spiel mit 3 zu 1. Suki Seri mit 4 zu 3. Scheinverlust, Assevedo, Bodenland, und die Schuss, das Tor! Markus Grüger ist es, der erlöst hier die Zürcher. 65. Spielminute, Markus Grüger. Malgin und dann der Schuss von Hollenstein. Und hinter der Torhüter drin! Dennis Malgin trifft für die ZSC Lions. Und dann sind es wieder die Zürcher. Wieder in Overtime. Die ZSC Lions gewinnen im Hallenstadion mit 6 zu 2. Und entscheiden diese Halbfinalserie für sich. Chance, das gibt's ja nicht! Und Kovac ernannt mit einem riesen Safe. Dann Jakub Kovac dran! In Extremis! Und dann schauen sich das an! Dieser Big Safe von Jakub Kovac. Der Fang hat schon auf der perfekten Höhe. Unglaublich! Jakub Kovac hat die totale Übersicht! Diese spezielle Atmosphäre, diese spezielle Stimmung. Und wir sehen heute, wer zum Held avanciert. In dieser Partie. Zwischen dem E-Fallzug. Und setzen ein. Finalissima. Letztes Spiel der Hockey-Saison. Auf geht's! Wir sind alle bereit. Jetzt! Hier die Möglichkeit! Und da sein Solo! Justin Assemino! Sicherlich ein kleiner Schockmoment noch für die Zürcher. Und 10 Sekunden. Das tut nichts mehr zur Sache! Der E-Fallzug ist Schweizer Meister 2022! Untertitelung im Auftrag des ZDF!